Yo Leute, willkommen zu R-Aventures. Das ist eine kleine neue Show von uns oder beziehungsweise so eine kleine neue Bastel-Unter-Community unter R-A-Light & Sound. Weil, naja im Moment kommen ja halt nicht so viele Technik-Videos von uns, daher halt ein paar Bastel-Videos. Und heute, also was heißt heute, wir fangen, wenn wir heute das nicht schaffen, halt einen anderen Tag an. Aber, wir wollen eine Art Richtfunkantenne für den Gigacube bauen, mit einer Satellitenschüssel. Und wie das klappt, das seht ihr gleich. So, wir gehen jetzt mal auf den Dachboden gucken. Auge machen! Auge machen. Ups, ich hab den Hinterteil fotografiert, aufgenommen. Dankeschön. Bitte schön. Hier, modernste Technik. Ja, 1A raus. Jetzt darfst du erstmal Öl. Ich hasse diese komische Maske hier. Musst du festmachen hinter der Ohre. Immer dieses Corona. Mach mal fest. Da ist Corona. Ja, Corona. Und da oben ist es ziemlich staubig. Nee, das macht er eigentlich nur, weil Angst vor mir hat einen Spaß. Natürlich nicht. Irgendwie ist diese komische Maske hier total scheiße. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die viel zu klein ist. Was? Irgendwie. Die kann ja nicht zu klein sein, dein Ohr ist zu klein. Sorry für diese Nahaufnahme hier. Die Filmsäule hier mal oben. Wird auch schon oft genug gesehen. Also, wo ist das Problem? Haha. Los, hoch da. Ich kann einfach das Smartphone halten. Das ist gleich sinnvoll für wenn ich oben bin. Hoch da. Zack, zack. Oh, er ist oben. Da hängt was. Da hängt ein Andi. Hier hast du dein Handy. Das ist Saluke. Das ist Saluke des Grauens. Wir sind oben. Das ist ziemlich widerlich hier. Ich werde mich auch mal ein bisschen auf die Leiter da stellen. Dann sieht man noch ein bisschen was da oben. Ich lasse mir das Ding hier auf den Kopf. Kann ich auch mal bitte den Blitz anhaben? Ich lasse mir das Ding hier auf den Kopf drittert. Ah. Das ist nämlich die zweite Kamera, oder? Guck, guck. So. Und zwar. Wir haben eine alte Markise. Das ist noch. Wir könnten Holz nehmen. Ich glaube, hier hinten ist nämlich nichts anderes zu finden. Außer Scheiße. Und Stroh. Was? Außer Kacke und Stroh. Richtig. Da hätten wir hier. Das ist ja auch Holz. Das ist sogar lang. Also das könnten wir nutzen. Muss aber auch gucken, ob die Befestigungszeile da irgendwo sind. Ja. Gucken wir mal. Hier ist übrigens dieselbe, die ihr vorhin gesehen habt. Frag nicht warum. Fragt keiner warum. Bitte. Absolut nicht. Was denn, wenn man mit Aliens kommunizieren möchte? Ach ja. Schmeißt alles rustig da oben. Wie gut, dass eine Maske... Da müssen wir noch ersatzten. Ja, cool. Ja, das sieht gut aus. Ja. Vielleicht. Ich habe hier noch einmal so ein Ding. So Festmachtding hier. Das brauchen wir ja nicht. Das ist ja dran an der Schlüssel. Aber was wir brauchen ist das hier. Richtig? Das sieht gut aus, ja. Befestigungsteile, ja. Nice. Ansonsten sind hier noch die selben Teile dran, die da aufkommen dran. Ja, das ist das, was die andere Schlüssel auch hat. Das heißt, jetzt ein bisschen Holt. Jetzt vollzuchen, ne? Ja, was hier zwischen passt. Dann musst du da eins mal rausholen. Okay, dann mache ich mal stopp so lange. Wir dachten, vielleicht ist es ja mal interessant, weil wir eh keine momentanen Dinge von uns machen können. Hardware Reviews und so. Ne, Bobby? Richtig. Hauptsache Videos. Ja, hier, das ist das Ding. Das kommt, glaube ich. Das kommt dann so. Befestigt. So. Ah, okay. Das muss hier zwischen passen, bis das muss ein Holt sein, was hier zwischen passt und was hier hin equaliert. Da sind wir damit, dass wir das nicht befestigen können. Am besten wäre es, wenn du auch nach oben kommst. Ja, das ist hier vorne auch. Ah, lecker. Ach, scheiße. Das ist halt unten ein Aluprofil, das ist ein Aluprofil nicht. Meinst du so eins? Oder so eins? Obst dann das Aluprofil da dran? Also aufpassen, dass ich hier nicht die Kuh runterfliege. Ich stehe da drinnen, du kannst doch nicht mehr. Ja, das wäre das hier. Halt doch mal fest. I try. Das ist zu groß. Sonst nicht? Das würde gehen. Ja, willst du das nehmen oder Holz? Alles ist haltbar, ne? Na so. Man kann es auch tryen. Das ist groß genug, dass man unseren Boden kriegt. Flanke noch zu nehmen. Hier ist noch jede Menge Space. My Space. Nehmen wir das mal. Ja. Taken wir. Da kommt die Aluschiene. Nehmen wir hier an. Lass mal weiter runter. Warte, halt mal fest noch. Jo. Jo, hab sie. Jo, hab sie. Ne, jetzt guckst du. Du musst die hier nicht aufpassen. Warte. Ja, warte. Achtung. Jetzt hab ich sie. Äh. Warte. So. So. Die lege ich mal da hin. Nehme ich das mal hier runter. Und dann kann sie kommen. Da kommt der Rutschi. Hi. Garantiere nicht für äh, für hintere Schlitze, wie man sehen könnte. Na, da halt ich nicht drauf. Aber wenn du jetzt runter gehst, machst du das Ding ab und dann machst du die Tür zu einfach schon. Dann kannst du es nämlich festhalten, der Teil. Jawoll. So, da kommt das Teil gleich dran. Das ist ekelig, ist das da oben. Ist es auch. Total. Lecker. So. So. Jetzt haben wir das Ding draußen. Guck da, einfach mal den Finger vor. Jetzt werden die Dinger mal ein bisschen sauber gemacht, mal eben. Oh, lecker. Kannst du auch gerne die Action filmen und nicht die ganze Zeit immer nur eine Stelle, Herr Robby? Ja, ist schon klar. Ja, ist schon klar. Der Robby von uns zu, Mr. Cameraman. Ja. Ja, ist so. Kannst du es sein. Also Vodafone, wenn ihr uns entgegenkommt, äh, äh, kommen möchtet, gerne. Ja, Vodafone. Wir würden gerne noch einen Tower haben. Ja, stellt mal einen hierhin irgendwo in die Nähe. Hier sind noch Felder genug rund rum. Das wäre richtig, richtig lieb von euch wäre das. Ja, wäre nice. Kurz zieh doch einmal erst so drüber bis hinten hin. Dann hast du es doch erstmal einmal sauber. Dann vertreibst du den Dreck nämlich nicht mehr so. Boah, ist das schwarz. Das ist ja widerlich. So. Sehr schön. Ich denke mal, das sieht gut aus, ne? Jupp. Oh, ist das nur eine Dingenspinne? Was? Da fuck? Die sieht ein bisschen gefährlich aus. So, mich beißen lassen. Wo ist er? Da ist er. So, ich bin freigelassen und jetzt kann er hier, jetzt kann man das ganze Ding mit nach vorne nehmen. Ach, du willst da lang? Okay. I follow, I follow you. Das schöne ist übrigens, ich bin ungefähr so hoch wie ich die Kamera jetzt halte mit dem Kopf. Ich würde ihm volle kleine Gegend donnern. Nice. Ja, das ist so das Problem, ne? Wenn man so mit langen Dingern nicht klaren kann, ne? Mensch, Robby. Auf was, dass er mir da nicht gegenknallt? Perfekt. So, und in diese Richtung müssen wir funken, dass wir eins nices Signal bekommen. Und die fahren ja wie die Idioten. Sau. Wie können wir das denn erzählen? Weiß ich nicht. Die hier vor die Haustür. Ja doch, klar, hier direkt hier vorne vor. Hier ist das Streamingzimmer. Und ja, könnte man mal gucken, ob man das so hinkriegt. Kommst du mit der Antenne vielleicht doch noch so dran noch durch? Müsste gehen, ja. Also ich würde mal sagen, ich will die Antenne, ne? Aber dir, willst du denn erst das Ding da so fest und den Boden hämmern? Du musst das erst ein bisschen reinmachen, ne? Gut, äh. Weiß aber nicht wie. Ja, reinhämmern. Du Witzbold. Äh, ja, äh. Steh. Äh, ja. Ja. Wie machen wir das? Gute Frage. Die mussten in den Boden gehämmert werden. Hammer haben wir da. Super dicke. Witzig. Da komm ich aber nicht dran auf. Ja. Ja, alles. Wir überlegen mal was. Ja. So. Wir haben etwas gefunden und zwar muss ich jetzt mal eben die Leiter hier holen. Wir gehen dann auf die Leiter. Und versuchen dann das Ding da rein zu hämmern. Hä? Achso. Er fragt, hä? Ist ja nicht so, dass das auch ein Video wird, ne? Und wir ein bisschen Videomaterial für das Projekt brauchen. Nee. Bei Robby braucht man das nicht. Ne, Robby? Bei dir muss ein Video nur eine Minute gehen, ne? Ne, Robby? Ja, ne, die machen wir uns an. Ja. 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 Unsere Mutter ist übrigens wieder da. Und ihr geht's gut. Ja. Einmal so als Nebeninfo. Die ist auf Toilette gegangen. Tada. Das wird spektakulär. Kann die eigentlich... Oh, cool. Geht. Oh, scheiße. Denkst du das geht so? Do not fall. Das ist nämlich nicht so schön, wenn du fallst. Alter, mach das nicht. Immerhin hast du das Haus zum Abstützen. Kommst du oben dran? Nee. Was brauchst du? Bewegt sich kein bisschen. Da müssen wir irgendwie mit der Schuppe vorgehen. Hier bewegt sich keine Schnitte. Da hältst du dich hier noch fester, wie? Müsste aber weich sein eigentlich. Weich ist es auf jeden Fall. Anders müssten wir mit der... Auch mit den Spaten, keine Schuppe oder sowas. Machen wir mal ein kleines Loch. Meine Fresse. King Kong von hier oben. Ja. Okay. Nicht runterfallen. Nein, ich geh jetzt also nicht runterfallen. Ein Spaten. Der stand gerade vor mir. Hä? Der stand gerade vor mir. Ein Spaten. Ein Spaten. Muss mal kurz was holen. Guck mal. Robbis zweiter Bruder. Guck mal. Robbis zweiter Bruder. So. Hier ist dein Bruder. Du hast dich gerade selber beleidigt. Dein zweiter Bruder. Du kommst hier gar nicht rein. Doch. Ein bisschen weiter vor. Ah. Ein bisschen hart der Boden. es funktioniert es wird kleiner wie meinst du das muss noch ein bisschen tiefer das ist noch zu wobbelig glaube ich das hält oder ich glaube nicht dass es hält ein bisschen wobbeli ob hier überhaupt was ankommt müssen wir befestigen aber wie willst du das in den boden machen die anderen also wie willst du befestigen da können die gerne hier mal dran tun schon mal aber das kabel nimm das mal mit in der hand ist gar nicht so leichter ding und dann auch noch und dann auch noch die kamera halten schön au das hat wehgetan hast du mal muss ich einen tripod holen wenn ich da helfen muss ja klar musst du helfen ja 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 guck weiß ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Machst du doch mal was vernünftig? Nee. Merkt man. Ich bin kein Kameramann. Der merkt man. So, erster Test ohne irgendwas zu machen. 40 Millisekunden. Ja, geht ganz okay. Da geht mehr. Jetzt ist die Frage höher. Ja. Das sehen wir jetzt gleich. Aha. Ja, der Upload ist jetzt nicht so überraschend. Also damit können wir nicht streamen. Jetzt brechen wir mal ab. Dann gehe ich einmal auf die Hardware infone. Ah, dauert noch. Müssen gucken. So, wir haben jetzt hier die Werte. Das sind die wichtigsten Werte, die da oben. Und, äh, ja, dann, give me mal your smartphone. Nee, hast du. Und der Robby, der muss jetzt. Ich drehe ihn jetzt ein. Mal schauen, wie er das Ganze dreht. Wir sind jetzt auf jeden Fall 800 Megahertz und 2000, äh, 2,1 Gigahertz. Passiert da überhaupt was? Ja, ist das nicht. Ah jo. It's moving. It's moving slowly. Ja, ich habe keine Ratsche. Wenn mir einer Lust hat, ein Ratschenset zu spendieren, gerne. Also sowas als Ratsche, ne? Ja, wird's schon besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. Bis jetzt, äh, sehe ich noch nicht so viel. Ja doch, es wird besser. Ja, kannst du ihn noch. Der Empfang stärkt sich. Auf jeden Fall. Ist ja wieder weniger geworden. Echt? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich mach mal einen Test. Ach du Scheiße. Ja, wir haben auch, wir sind auch ganz woanders hingegangen, Robby. Wo die, äh, wir sind weiter, die steht ja jetzt fast gerade. Wir müssen weiter, ein bisschen nach da, glaube ich. Ich glaube, da kommt schon ein bisschen mehr. Weniger, weniger, mehr, 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 ui, 17, 18, 20, 21. Der Upload ist absolut nicht existierend. Ich glaube, jetzt ist es auch wieder weniger geworden. Das heißt, da muss man ein bisschen rüber. Scheiße, weil diese Antenne ist, ne? Ja, dass du diese Föcke einstellen kannst. Ja, weil das ja so ne, äh, Sky-DSL-Sat-Antenne war. Das war. Ja. Oh, das wird auf jeden Fall schle- Äh, ja, schlechter. Ja, drück die mal ein bisschen weiter in die Richtung. Mit 5? Zu mir. In meine Richtung. Warte, drück noch mal los. Ja, die muss auf jeden Fall rüber, siehst du? Die muss auf jeden Fall rüber, so in diese Richtung zeigen. Aber der Upload ist irgendwie mega schlecht. Ja. Das ist mega scheiße. Jetzt gehen wir auf 0,2,1 Gigahertz. Da existiert, aber doch, doch, existiert doch was. Aber der Empfang ist so schlecht, dass man da nichts sieht. Und ich glaube, dass auch nicht viel durchkommt. Oh Gott. Ja. Ne, 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 wieder rüber. Die muss wieder weiter runter. Ja, die muss runter. Ja, da, da, da. So, jetzt machen wir mal glue. Wir machen jetzt erstmal hier die fest. Und schauen, äh. Ich frage jetzt mal, wie. Tja. How do I do this am besten? So, hier wird das Gummi. Ja. Ist auch blöd, dass das Kackding hier ist. I'm going to glue it together. Wenn das mal hält. Also auf meinen Fingern hält's gut. Minimal laut. Und jetzt warten wir. Heißt das nicht Sekundenkleber? Mist. Hm? Jetzt muss ich warten. Hm. Ja, wir warten. Und wir warten. Du brauchst aber nicht alles aufnehmen. Ne, wir warten mal. Also, Sekundenkleber hält absolut nicht. Wir werden jetzt mal versuchen, das zu hot glueen. Und dann gucken, ob wir nicer, nicer quali kriegen. Denn sonst, äh, problemen. DIY Hot glue gun. Ja, das muss man schon richtig heiß machen. Ja, sonst bin ich bestimmt allerdings. It needs a lot of heat. Es wackelt nämlich noch zu extrem. Natürlich. Du musst, du musst, du musst richtig flütteln. Das ist kacke so alles ey. Planänderungen, wie man sieht. Was haben wir jetzt vor, Robby? Was passiert? Äh, eine kleinere Schlüssel holen. Das geht mit den Sky DSL-Schlüsseln geht aus. Wir kriegen die Antenne, also funktionieren totes, aber wir kriegen die Antenne vorne nicht fest, das ist das Problem. Genau, wir kriegen keine alte Hand dafür. Und der Robby geht halt jetzt mal eben kurz hoch und holt die, äh, andere Antenne runter. So, die ist kleiner. Und sieht auch genauso lecker aus. Wo ist denn da mit? Haben wir dieses Lappen noch draußen, ne? Ich glaube nicht. Die liegen hier vorne, glaube ich. Clean time, können wir auch vorne machen. Jetzt machen wir mal Switcherino, jetzt ist Robby mal mit Cleaning dran. Was man nicht alles für besseres Internet tut, wenn Vodafone es nicht tut. Oder Telekom, oder Glasfaser, whatever. Ne. Das kannst du mal eben holen, schon mal. Und es abkriegen. Jo. Vielen Dank. liyor Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist Frusten. Was? Achso. Ja, was ist los? Ja, da vorne hat man ein bisschen mehr Empfang. Hier kriegen wir leider nicht genug Empfänger rein. Wir testen jetzt von mal da vorne bei dem Top. Und wenn es da nicht ist, dann ist dieses Antennen, also Satellitenschüssel, äh Experiment, Experiment bescheitert. Naja, eigentlich nicht. Da hatten wir fast 40 oder 50 Helm mitgekriegt. Ja, das Problem bei der ist, sie kann zu schlecht engeln. Engel, engel. So, wir nehmen den Gigacube. So, ähm, das Ding kann ich euch für den Alltag immer nicht so schnell. Kann ich euch gleich später oder gerne mal erklären. Äh, das ist cool. Selber gebaut. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir mal hier in den Standard mal hier auf den Boden. Und der Robi macht jetzt eine Antenno. Also Empfangsland auf jeden Fall gut zu sein. Das ist Blue. Wir machen mal Okidoki. So, wir haben das Ganze jetzt einfach mal so hier, so hingeknatscht. So, einfach so schief da. Und das Wundere Ding ist, es kommt halt scheiße was durch. Oh, was ein Fake. Das ist hier, Alter, das ist jetzt die Verarsche des Todes. Das waren gerade noch über so 20 MBit. Das ist ein Verarsch jetzt gerade. Ich glaube, weil die Dinger davorsteht hier, dieses Ding hier. Ah, toll, hat es auch nicht gebracht. Also, das ging jetzt gerade echt gut. Warte, wir gehen mal auf den Dinger. Mal was zu tun als Wiegez. Das ist der Vorführeffekt, nennt man das. Das ist jetzt der extremste Vorführeffekt. Richtiger Vorführeffekt. Wieso, ist die Frage. Da hat es mir nichts da jetzt hingetan. Das ist hingeschmissen einfach. Ja, und das Ende vom Lied war einfach ein gutes Ergebnis. Das ist ein Troll, ehrlich. Ja, guck mal, es wird ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr wird es. Oh, nicht viel. A little bitle. Das reicht nicht. Nö. That's not enough. Jetzt gehen wir in eine 50K-Leite rein. Wow. Aber wieso? Ich verstehe es nicht. Ich bin bald am Ende mit meinem Latein, mit Griechisch, Chinesisch. Das kann nicht wahr sein. Enttäuschung leider. Irgendwie, wir hatten jetzt zwischendurch mal 3 MB die Sekunde. 3 bis 4 MB. Wir geben noch nicht auf. Was ist die letzte? Wir holen jetzt erstmal alles rein. Weil es wird auch duster hier draußen. Dann werden wir jetzt gleich mal die Antenne da nach oben begeben. Ins eine Zimmer. Und dann mal gucken, wie das da weitergeht. Wenn der Ablaut vielleicht heute noch gut ist, dann machen wir vielleicht nachher noch ein bisschen Chill-Stream. Zum Chillen und so. Nur vielleicht, sonst morgen. Und definitiv morgen. Du bist viel übrigens, ne? Schon länger, ne? Musst du denen mal sagen, die jetzt neu der Bezug rum und so. Was sein? Dass wir auf Streamen, auf Twitch. Ach ja, klar. Da sollte man vielleicht auch das mal ansagen, ansprechen. Also für alle, die neu dabei sind, wir sind auf Twitch ebenso vertreten. Da machen wir öfters, also fast alle zwei Tage, mal einen Stream. Ne? So Chill-Stream und so weiter. Chill-Stream, auflegen, miteinander unterhalten, quatschen und so weiter und so fort. Also alles auf Twitch.tv. Und jetzt bringen wir hier die Sachen noch weg. Müll gemacht für nix. Ja, die Moral der Geschichte ist jetzt, das ist ja wie vorher. Hier ist das Teil, was Strom macht, mit hier Akku und so. Ich mach mal hier Licht an. Ja, wir haben jetzt hier die Antenne da. Der Gigacube ist da, so wie vorher auch. Leider keine Verbesserung, aber es genügt. Erstmal. Also ich bin auf jeden Fall froh mit dem Download. Upload ist auch ganz okay, da kann man auch mit Streamen. Also alles so wie vorher eigentlich. Ja, das Resultat und das Ende, das seht ihr jetzt. So, jetzt hat er hier die Antenne nochmal einfach nur so wieder dran gemacht und oben ans Fenster. Das ist das Endresultat des heutigen Tages. Hast du so leicht schräg rechts gemacht am Fenster, also so ein bisschen. Das war der Download, das ist der Upload. Das ist jetzt so das Resultat von, ja. Einen ganzen Tag wasten. Einen ganzen Tag gewastete Zeit. Normales Ergebnis, so wie er es halt vorher auch hatte. So, jetzt sitzen wir hier und das Ende vom Lied ist dasselbe wie vorher. Wir haben die ganze Zeit also gewastet. Na ja, egal. Ist zumindest ein Video zum Gucken. Ja, ist ein Video zum Gucken, vielleicht auch zum Schmutzeln. Ist ja egal, wir haben es ausprobiert. Im Internet haben sie gesagt, es würde funktionieren. Es funktioniert ja eigentlich auch, aber nicht so wie wir das haben möchten. Ne, und das was wir haben, ist auch keine Richtantenne. Ne. Weil irgendwie der den Turm manchmal nimmt der eigentlich hinter der Antenne ist. Ja, was ich auch nicht verstehe. Eine Richtfunkantenne sendet in eine Richtung und er nimmt einfach den Turm hinter der Richtfunkantenne ist. Kann nicht sein. Weil ich bei Nabel. Kann nicht sein. Ja, geh in, komm ich irgendwann. Also mal eine bessere Antenne holen, dann gucken wir weiter. Ja, natürlich. So, also ich hoffe, euch hat das gefallen hier mit, wie war das jetzt noch? R-Aventures. Du bist doch echt. Ich bin vergesslich. R-Aventures. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, machen wir öfters mal sowas. Zwischenzeitlich irgendwas basteln. Scheiß doch, egal was es ist. Ja. Warum nicht? Wenn ihr das lustig findet, gerne. Also, Daumen hoch, wem es gefällt. Ansonsten, man weiß ja, Daumen wegschmeißen. Macht's gut. Wo findet man uns denn noch? Ach ja. Das sollst du dir auch mal angewöhnen vielleicht. Also, man findet uns auf YouTube unter R-Alight & Sound. Unser Hauptkanal. Das ist ja eigentlich bewusst, ne? Ist ja der selbe Kanal, ne? Ja, das ist der selbe Kanal. Da ist das Video gerade drauf, ne? Nur unter Kategorie, genau. Dann findet man uns auf Discord. Den Link findet ihr auch. Allerdings unter den meisten Videos, denke ich mal ja. Ja. Denke. Dann auf Twitch. Da streamen wir alle zwei Tage. Alle zwei Tage, wer da streamt. Eigentlich, weil heute der zweite Tag ist, aber den wir gewastet haben wegen der Video. Ja, das ist gewastet. Da habe ich aber schon Bescheid gesagt, der wird da verschoben. Auf Twitch.tv r a unterstrich light unterstrich n unterstrich sound unterstrich? Ne. Kein Unterstrich mehr? Ja. Gut. Findet ihr uns. Guckt gerne mal rein, wenn wir da streamen. Wir würden uns sehr freuen auf euch. Und dein Handy macht gleich einen Abgang. 5% noch. Gut. Alles klar. Instagram. Auf Instagram findet ihr uns übrigens auch. Schnell. Und ja gut. Handy macht gleich einen Abgang. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ciao, ciao. Euer Bobby. Und Andi. Heu. 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 Heu.